auch wie schnaufi lade nach ziemlich zurück zum weißen haus wir kommen gleich ja jetzt bin ich gespannt na aber sowas von macht schon mal aus ich würde immer auf dem radar gucken aber ich muss das mal aufladen ich habe jetzt keine mulli hier weil wir beschissen haben was laufen hier immer hin und her können wir nicht mehr stehen bleiben hier war christian mit euch jetzt einfacher ist wenn die um erkundungsmodus machen und der gar nicht ich habe so schön dass der entstück redet der lichter nieder ich komme mir gucken es mal genau das gehört ich spreche auch mit sich ne also lade nach und so so fokussiere feuer so hier häng hier fest siehst du also bei der drohne bringt der kopfschutz schaden hat er überhaupt hat die ob die hohen wo es jetzt sind der ist auf dem container seid ihr rechts beide oder was ist weg ganz unauffällig auf dem container da ist ein hieler als der heile ja den knatter ich mal weg so so mal wieder eine mummel werfen zwischendurch noch vergessen immer wieder geht doch jetzt kommen sie gleich von hinten einmal stellungswechseln der kam jetzt aber nicht auf den huf schrauber oder ne zwei schüsse und weg weg ist er was ist denn da drüben der kampfhund hat mir eine geballert gelber kampfhund so der dicke ist weg da kommt der gelber zu euch ja weg noch wo da hätten sie ich störgeräte nach hinter uns zweite hund ist weg ja da bin ich glaube du willst gleich besuchen die na komm guck raus kann keine mummel werfen doch jetzt da gibt es uns Vorteile in der operation das ist was ist danke 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 sehr gerne ich muss mich erst mal wieder abkühlen so doch ist weg fertig meine freunde ja ja so war das vorhin auch wo wir zu viel drin waren äh zu fünf ja 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 ich war ja das letzte mal auch mit dabei zu zunehmen solche Werte habe ich noch nie gesehen das kommt von Terminal gehen sie da rein und machen sie die Quelle ausfindig so jetzt und du kannst dich im Raum ganz frei bewegen es darf nur keiner schießen sonst kommen sie kommen die alle raus da kannst du dir alles angucken ja da sehe ich bis jetzt das rechte mg durch das ne ok bitte einen zweiten dazu zum verteidigen ich komm rüber ich geh zum anderen LMG hier hinten zu der 45 sagt an wenn bescheid wenn fertig auf dem tag passt bitte auch irgendjemand auf ja pinata ist da alle gut verteilt gut wollen wir denn na dann antaglich ok ok oh der hängt ganz schön gerade sind jetzt kommt der Ticke 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 ja oh ja oder verdient akku muss noch ein bisschen drückter geschossen los ahhh so Na der Herr, was liegen Sie schon rum? Ich wollte das Wetter genießen, sagt er. Ja, genau. Dankeschön. Aua. Was ist denn denn? Na ja, macht nix. Ich hab mal am Arsch. Ich komme. Vielleicht nochmal, weil ich gleich da unten bin. Jetzt treibt er sich die ganze Zeit da hinten. Jetzt läuft er. 41 hat den Schiff. Juhu. Boah. Das Ziel lebt noch. Mein Engel, dankeschön. Bitteschön. Hä? Wie oft fand ich ihn noch? Ich starte hier nicht hin ohne! Leg die Penne auf! So. Was macht meine Figur? Ach Mensch, dass der manchmal die Deckung nicht verlässt. Das ist... Ja, Fick. Ich bin nicht da. Mich sieht keiner. Lalalala. Wieder die Geschütze. Ah, das war's. Ich kann jetzt keinen mehr hochholen. Wer ist da unten? Und noch am Leben? Ich bin da unten. Also ich bin da noch. Also noch nicht ganz tot meine ich jetzt. Er ist in die Knie, feuerfrei. Ich bin da nicht im Moment. Ja, jetzt und jetzt hier nicht mehr hochholen. Aber heu. Die Handwerkung für Verrattung. Wir haben das aufmerksam,прot автомобile aufgesteift! Genau getoppt! Das war eh immun, ne? Ja. Ne, die Mungebition. Nein. Boah. Bitteschön. Prozent Prozent der Fall ist ja für ein Impulsgeber die was war denn das für ein Impulsgeber aber den Rucksack von dem Dicken kann man wirklich nur mit dem Geschütz Samma ja ich hab's nachher probiert ist gebeten mit dem normalen in den Weg jetzt auch der hat mich echt verdammt gern Juhu Eich kann man hinter mir einer raus der ist ich bin wohl bei mir sitzt Töter am Tötersten Tod Töter am Tötersten Jaja ich lieg hier rum ich bin halt immer mehr grau Ich auch ich schlau verarmst Geht noch nix mehr Ha 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 Scheiße Ah Mensch wir gehen hier Sieg reich draus hervor Ha 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 Hier sind immerhin noch drei Stück von uns Bist du auch Bist du tot oder was Ja ich bin tot Ich schlau ne Binde Achso Ich auch Ah hab die Akku Komm her Dicke Ich beiß dich ins Knie Komm her Nix Schiss raus Ja warte Ich bin am Kannst du kannst du kannst du kannst Am Leben schicken Hau rauf Hau rauf auf dem Dicken Oh Ja Ja Jetzt ist sie spät Yes Ich beiß dich ins Knie Ja Guck 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 Ach schade Also ich bin down ne Ich lieg hier irgendwo Ich lieg hoch Rom Du liegst genau hinter mir Nick Du warst so schön da Ja ich war Ich hab mich Du warst am LMG Verteidigen Ich hatte ihn gerade so Die Grüne weggeschossen Und der stand auch günstig Alter der ist mit dem Rennen Das musste auch Keiner Quatsch Ja Jetzt ist noch Äh Der Boss ist noch da Und der Jetzt wurde Nick Komm zurück Nee Ich hab auch keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung Ich hab auch keine Ahnung In den Kisten liegen die Munitionen Dinger Ja Boah Ich glaub erst mal hinkommen Ja das stimmt allerdings Verteidige mich mit der Pistole Hahaha Ist denn ja der Pidiot Der Picken Jawoll Die anderen schießen die LMGs kaputt gerade Ach ja das stimmt Die NPCs die schießen auf die M Auf die LMGs genau Ja Ist glaube ich vorbei jetzt Ja Du bist ja bloß noch alleine Du kannst nichts mehr Du kannst nichts mehr Du kannst nichts mehr Boing Boing Weg Das war's Das war's Lars Das war's Lars Das war's Lars Das war's Das war's Das war's Ja Also einer muss den Hasen spielen Ja Der wird das Rechte im Key Der der die Akku hat Ja so Wir müssen ein Wir müssen ein bestimmen Der jetzt die Akku auf sich zieht Und dann zu LMG Und ihm die grüne Kiste vorne kaputt schießt Und gleichzeitig auch zum LMG lockt Also gut das mache ich Die LMGs anzufassen Von Anfang an kaputt zu schießen So Dann muss aber Ich versuche dann gleich am Eingang hier zu erwischen Dann muss aber das linke Mg Was links vom Eingang steht Erstmal würde ich Zwei Mann besetzen Jeweils einen LMG Also zwei Mann auf einen LMG Ja Da haben wir nicht mehr So Dass sie beschützt werden Ja Und der Rest muss Die ganzen Ads verteidigen Also weghauen Du kannst ja hier auch in der Deckung sitzen Und links und rechts verteidigen In dem Bereich Also ich habe rechts mal geschützt zur Verteidigung gestellt So Und Zwei da Zwei da sind Und immer noch vier Also sprich einmal holt die Akku Sind dann fünf Und dann immer noch dreimal die umher flitzen Und die Ads weg Zwei Ne Wir sind ja nur zu sieben Und zwei dann denen die Ads weghauen So Nick geht da ran Ich bleib bei Nick hier hinten an der 45 Boss scheint mich zu verteidigen So wie es ausguckt Korrekt genau Ich bin bei dir hier Hat gar noch super funktioniert Bis alle anderen tot waren So Ja das war keine Absicht Nein 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 Na denn lass die Spiele beginnen oder was Okay Lass die Spiele beginnen Ja Sieht nach einer Art Hightech Abwehrsystem aus Versuchen sie es unschädlich zu machen Abwehrsystemknoten deaktiviert Abwehrsystemknoten deaktiviert Abwehrsystemknoten deaktiviert Ja gut So jetzt kommt der Dicke Okay Gehst du ran oder Ich geh ran Ja Jetzt läuft der da hinten rum Ja der läuft Sonst kam er immer direkt Ich hab abgeschossen Das Ding Müsst ihr jetzt zu mir kommen Ja So komm Jetzt Alle rauf Alle rauf Schieß rauf Mit der MG Ah Jetzt haut weg da Oh man Hat mich einer weggenatscht Jetzt müsst ihr aufhören Könnt aufhören Könnt aufhören Chancen Er ist die Moon Er ist die Moon Er ist die Moon Ich geh wieder zu meinem Und die zurück Ja Na komm Kriegen nicht Jetzt kriege ich ihn Oh hier kommen noch welche raus Scheiße Jetzt hier 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 Ah Oh der will dich Da werfen wir ja so ne anderen Dinger hier Ich muss vom Geschütz weg Ah Nee den Boomer haben wir schon Denk mir immer noch am Arsch Der Kette Denk mir immer noch am Arsch Denk mir immer schon drin Ja Gut gut Ich komme mit jemals Geschütz Wo bist du? Ah du Schleife Bin hier schon hin Ja Er kommt mir am Arsch Ja drehen um Umdrehen Umdrehen Ja umdrehen musst du ihn Ich krieg nicht von vorne Den Rucksack Du musst jetzt andersrum rennen Weil so kriege ich ihn nicht Ich komme ja nicht weiter rum Nick verteidigt ne Okay 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 Jetzt 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 rauf da Ja Überhilf's Ist doch kacke Ah wieder Na guck mal Leute Der hat doch schon einiges von Oh So verkehrt warm Jetzt habe ich die Akko Werden Akko? Ich habe die Akko Ja Komm an die 41 Ja ich komme dahin schon Bloß Akko Ich habe keine Munition mehr Haltet mir den Rücken frei Haltet mir den Rücken frei Munitionskiste Ich sehe ihn nicht Ich sehe ihn nicht Der sehe ihn nicht Er kommt Er kommt Jetzt auch Haben nicht Er bewirbt mich hier Ich habe wieder ein Akko Okay Ich komme rum Gehst du zum anderen Geschütz oder wann? Ja Bin dran Ja Okay Ich freue mich ein bisschen auf Versuchen schön Versuchen schön Geist zu laufen Jetzt drauf Jetzt drauf Er ist gleich down Weg Ich habe wieder ein Akko Komm wiederkommen 41 besetzen Boss 41 besetzen Ja Ja Aufhalten Down Wow Gut Vorsicht die anderen noch vererledigen Ich habe einen Grundstock Danke Jetzt ist alles weg Alle weg Juhu So Okay Juhu 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 Na ja Und zweiten Anlauf Ja Ging schon gut Naja Also im G Die können uns Die Stationären sind wichtig Dass du den überhaupt runter kriegst Ja Dann die Laufung Dann die Laufung Ja